Hallo, kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Okay, ja, Sie haben sich schon eine Brille ausgesucht, okay? Genau, genau, die Sonnenbrille gibt es dann zum halben Preis mit dazu. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir zuerst einen Sehtest und dann schaue ich mal, wie die Brille bei Ihnen sitzt und passe das Ganze noch ein bisschen an. Okay, gut, dann kommen Sie mal mit. Okay, gut, so hinter mir sehen Sie diese Tafel. Dann würde ich Sie bitten, einfach mal die erste Zeile vorzulesen, okay? Und die zweite. Geht es noch mit der dritten Zeile vielleicht? Okay, sehr gut. Dann bitte ich Sie, erst mal das rechte Auge einfach zuzuhalten und dann mit dem linken Auge genau das Gleiche zu tun. Also erst mal die erste Zeile vorzulesen, bitte. Ja. Und die zweite Zeile, bitte. Okay, die dritte. Sehr gut. Geht vielleicht noch die vierte Zeile? Okay. So, dann würde ich Sie bitten, das andere Auge ebenfalls zuzuhalten und dann wieder die erste Zeile vorzulesen. Okay. Die zweite, bitte. Und die dritte. Sehr schön. Geht die vierte auch noch? Okay. Also das rechte Auge ist bei Ihnen ein bisschen stärker. Alles klar. Okay. Wie ich sehe, ist es auch gleich geblieben bei Ihnen. Also die Augen sind nicht schlechter geworden. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir mal wieder hoch und wir passen die Brille an bei Ihnen. Okay. So, dann schaue ich mal an, welche Brillen Sie sich ausgesucht haben. Okay, beide Brillen sind von T.I.J.M. Das ist eine sehr gute Wahl. So. Dann schauen wir mal. Eine Sonnenbrille haben Sie und eine Brille in normaler Stärke. Die Sonnenbrille können wir auch mit Stärke machen, natürlich. Ja, das geht. Okay. Das ist ein sehr schönes Modell mit schwarzer Fassung. Und hier haben wir noch Gold. Dann gucken wir mal, ob das auch zu Ihrem Gesicht passt. Dann würde ich Sie gerade mal aufsetzen bei Ihnen. Okay. Okay. Sehr schön. Okay. Gut. Hinter den Ohren müsste man dann später ein bisschen kürzen. Aber so würde ich sagen, sie passt perfekt zu Ihnen, zu Ihrem Typ. Ja. Wirklich sehr gut. Wirklich sehr gut. Tut Ihnen irgendwas weh? Drückt irgendetwas? Okay. Gut. Die sitzt wirklich bequemer da. Hier. Ein bisschen höher vielleicht. Sehr schön. Okay. Okay. Sie wollen sie an mir auch sehen? Ja. Okay. An einer anderen Person ist es vielleicht auch nützlich oder hilfreich zu sehen. Okay. Kein Problem. Ich kann sie aufsetzen. So. Können Sie sie mal von der Seite anschauen? Also sie ist schon relativ groß, würde ich sagen. Aber das ist ja zur Zeit auch ziemlich angesagt. Das Goldene hier kommt auch sehr gut zur Geltung. Gefällt es Ihnen? Ja. Sehr gut. Okay. Soll ich sie vielleicht ein bisschen fester machen? Oder war das okay? War okay. Gut. Dann legen wir sie schon mal beiseite. Ich notiere mir das kurz. Und wir schauen uns mal ihre Sonnenbrille an. Oh, das ist ein sehr gutes Modell. Ebenfalls Gold mit dabei. Goldene Fassung. Sehr gut. Genau. Ja, die wird zum halben Preis. Gut, dann setz' ich sie wieder auf. Okay. 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 Lass' ich mal an der Seite. Okay. Drückt irgendetwas. Hier. An den Ohren. Okay. Das kann ich ein bisschen zurecht biegen. Moment. Okay. 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 Das ist kein Problem. Das haben wir gleich. Okay. 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 Versuchen wir's nochmal. Und besser. Okay. Sehr schön. Ja, die sitzt auch perfekt bei Ihnen. Natürlich kann sie auch wieder aufsetzen. Kein Problem mehr. Und gefällt es Ihnen? Sieht gut aus. Okay. Sehr schön. Dann halte ich das auch kurz fest. Und Sie möchten nicht so eine Brille mit Sehstärke haben. Alles klar. Dann würde die Fassung bei der Sonnenbrille schon einmal nur 25 Euro kosten. Und die Gläser müssen wir dann später ermitteln. Aber das wäre dann auch zum halben Preis. Auch die Gläser. Genau. Gut. Die Fassung Ihrer normalen Brille kostet dann... Und die ist dann für 50 Euro. Und die Gläser müssen wir auch nochmal gucken. Sehr schön. Und ich habe da noch etwas für Sie. Vielleicht gefällt es Ihnen. Das ist zur Zeit auch so ein Angebot bei uns. Und zwar eine Brillenkette. Zum Beispiel ist die hier. Da Sie zwei Paar Brillen kaufen, wäre die auch nur zum halben Preis zu haben. Für die hier ist es dann nur noch 10 Euro. Ich kann Ihnen gerne zeigen, wie man die, ähm, wie sie aussieht, wie man die drauf macht. Ja. Sehr schön. Haben Sie Interesse. Okay. Genau, da sind solche Öhrchen dran. Und die sind sehr flexibel. Und das demonstriere ich Ihnen einfach an Ihrer Brille. An Ihrer zugenötigen Brille. Also, das sieht man einfach hier durch. So. Einfach nach vorne. Und auf der anderen Seite ebenfalls. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich kann es Ihnen nochmal zeigen. Und dann ist es quasi, ja, wie eine Art Schmuck hängt es auch. Ich finde das sehr, sehr schön. Genau, ja. Ja, die ist auch fest. Ja, man kann sie auch funktional gebrauchen. Dann hängt die Brille halt so runter. Ja, das hält pumpenfest. Ja. Hätten Sie Interesse daran? Genau. 10 Euro wär's dann, dieses Modell. Das wird auch perfekt passen, weil hier ist auch Gold. Dann ist die Kette auch Gold. Ja, alles klar. Dann lege ich es Ihnen gleich dazu. Notiert das Ganze nochmal. Ja. Ja. Gut. Kommen wir zu den Gläsern. Sie möchten bestimmt Kunststoff bei ihrer Stärke. Bei minus 3 wäre das schon, ja, angebracht. Wir haben drei verschiedene Ausführungen. Die normalen, die sind natürlich etwas dick und das Auge wird dann natürlich auch kleiner. Wir haben allerdings noch eine dünnere Variante, die ist dann auch kratzfest. Und eine Variante, die ist extrem, extrem dünn und stabil und auch entspiegelt und kratzfest. Genau, beim Autofahren wird das natürlich sehr, sehr sinnvoll. Ja. Genau, die Augen werden sich nicht verändern, die Größe, wenn Sie das ganz dünne Glas nehmen würden. Ja. Die Preise kann ich Ihnen gerne zeigen, ja. Bitte schön. Okay. Okay. Okay, also bei der normalen Brille auf jeden Fall die ganz dünnen Gläser. Ja, also ich finde das auch sehr, sehr sinnvoll, ja. Okay. Und bei der Sonnenbrille, das ganz normale, das... Okay. Alles klar. Okay. Okay, kein Problem mehr. Okay. Dann wäre es für die Sonnenbrille, der halbe Preis wäre es 25 Euro für die Gläser. Genau. Genau. Und für Ihre normale Brille wären es dann 100 Euro. Okay. Genau. Dann wäre Ihre normale Brille quasi für 150 Euro. Und plus die Kette, das macht 10 Euro noch dazu. Also alles zusammen wäre es dann 210 Euro. Ja, das ist wirklich günstig. Wir haben super Angebote zurzeit. Okay. Dann darf ich das so alles notieren. Sie sind zufrieden. Okay. Okay. Alles klar. Und Ihren Namen bräuchte ich noch. Okay. Wie war der Nachname? Mit Doppel-L. Okay. Alles klar. Und die Adresse noch bitte? Das kenne ich ja. Und Ihre Telefonnummer bräuchte ich auch noch. Okay, super. Dann dauert es bis zu zwei Wochen, bis Sie Ihre Brille abholen können. Wir werden Sie natürlich telefonisch nochmal informieren, wenn es soweit ist. Und Sie können die Brille sofort bezahlen oder erst bei der Abholung dann. Bei der Abholung, ja. Kein Problem. Natürlich, mit der Karte können Sie auch zahlen, ja. Und wenn Sie nochmal da sind, dann passen wir die Brille noch einmal genau an und gucken, dass wirklich alles stimmt. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.